Hallo, ich bin's, der Willi. Und am 12. Mai kommt mein Film Willi und die Wunderkröte in die Kinos und ich gehe auf Kino-Tour. Alle Infos, wann ich wo bin, findet ihr hier auf dieser Seite oder unter williundiewunderkröte.de. Ich hoffe, wir treffen uns im Kino. Willi! Luna! Das bin ich, der Willi. Und mir ist was Unglaubliches passiert. Bin der? Oh nein, Herr! In zwei Wochen ist dein Drecks-Tümpel hier verschwunden. Aber was ist denn mein Fröschen? Willi! Du willst Luna doch sicher helfen. Aber ich habe doch keine Ahnung von Fröschen. Warte! Die Pufo-Magicus ist eine Wunderkröte. Sie lebt schon seit 100 Jahren. Wenn Sie gutes Material suchen, müssen Sie in die Regenwälder dieser Welt. Die meisten Menschen finden Frösche und Kröten einfach ekelig. Dann müssen wir das ändern. Du siehst ein bisschen aus wie meine Oma. Du musst den Ober hinhalten, bis ich zurück bin. Und dann retten wir deinen Teich. Was willst du denn in Panama? Ich will Leute besuchen, die Frösche retten. Die hält. Das ist so schrecklich krass. Ich bin in ein fettes Spinnennetz reingelaufen. Auf dieser Reise habe ich verstanden, wie alles miteinander verbunden ist. Wir müssen Luna helfen. Rettet unseren Teich! Rettet unseren Teich! Wenn wir es nicht schaffen, einen Teich zu erhalten, was soll denn erst aus dem Rest unserer Welt werden? Baby, du musst ganz schnell kommen! Da, wo ich herkomme, gibt es jedes Jahr einen Frosch-Weitsprung-Wettbewerb. Wer fliegt eigentlich das Flugzeug? Festhalten! Du hast ja was. Ah!